Du hast dir Zeit gelassen, Motel. Werden Sie ihn unterrichten? Er ist ein Genie. Vielleicht kann ich ihn unterrichten. Sie bleiben in London? Ich muss zurück nach Warschau zu meiner Frau und meinem Töchter. Ich würde ihn hier lassen. Was spielst du? Piano. Ein bisschen. Ich bin ein Genie. Ich helfe dir. Dann wirst du ein bisschen genial. Wir bilden ein gutes Team, ja? Dies ist eine Niccolo Galliano Filio. 1735. Alles gut, Sie zur Bar mit zwei, David. Nochmal. Das haben Sie wahrscheinlich durchmachen müssen. Meine Eltern, meine Schwestern. Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen letzte Nacht gestorben sind? Zehntausende! Und niemand kennt doch nur Ihren Namen. Heute Nacht wird sein erstes Konzert vor internationalem Publikum stattfinden. Hat er irgendwas gesagt, wohin er nach der Probe wollte? Nein, nichts. Zu meinem größten Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass der Künstler, den Sie hier hören wollten, heute Abend leider nicht auftreten kann. Dann geh und finde ihn. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Soll das jetzt ein neues Hobby werden? Der will suchen, nach dem ein halbes Leben vergangen ist. Ich suche nach David Rappaport. David Rappaport. Wahrscheinlich in den 50er. Eine Galliano von 1735. Soll Sie das Instrument oder den Eigentümer? Nach beiden. Dann haben Sie ihn zuletzt gesehen. Es ist Jahre her. Er ist ein Virtuose. Es war in meinem Alter. So etwas haben Sie noch nie in Ihrem Leben gehört. Warum verschwendest du deine Zeit für ihn? Unsere Zeit. Ich bin vielleicht alles, was er hat. Das war seine Leidenschaft, das Lied zu spielen. Warum hast du das getan? Ich bin mir nicht sicher, ob du das verstehst. Und es ist unheimlich. Man muss nicht schuldig sein, um sich so zu fühlen. Man muss nicht schuldig sein, um sich so zu fühlen.